hallo liebe hallo haben die ganze Zeit nach hinten stehen ja, die ganze Zeit ganze, ganze Zeit kann ich ja lieber gar nicht abweilen süss, süss super riesig dann machst du hier auf schmeißt 1 Euro rein und dann kippst Reis und dann tust du das hier hin halten und drückst hier guck mal, hier ist Kessel da ist das Geld drin ja, Vertrauen da ist das Geld drin ich habe auch vom Mufi gesehen Mufi, die haben ich glaube die sind die besten Kartoffeln ja, letztes Mal habe ich Kartoffeln hier gehabt die haben einen ganz anderen Geschmack ja, wenn die ganz frisch sind und die sind hier aus der Region auch und dann hast du auch genau Sorte Corina und dann gibt es die Sorte Glorietta und Zwiebeln haben sie jetzt neu das ist auch 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 neu